Hier jetzt steht... Ach, das war jetzt steht. Nahe kommt er noch. Das ist ein Kuddelmuddel hier über Hamburg. Den jetzt steht. Nahe war das schon. Da war das jetzt steht und jetzt ist das nahe da hinten irgendwo. Gucken wir mal. Da klauen sie das Dorfschild-Zeichen. Da weiß man nicht mehr was los ist. Wir fahren richtig. Ja, wir fahren richtig. Immer richtig. Hier ist ein Hotel bei Hella. Bei Griechen. Kiefer-Last. Ja, Griechen und E4. Wir durchfahren. Noch mehr als ukrainische. Ukrainisch aber auch. Die siebte Stelle. Mehr als Griechen. Mehr als Griechen, ja. Aber wir haben es... Ja. Ja. Aber kein ukrainischer Restaurant. Gibt das nicht? Hier schon wieder Griechen. Aber... ...kommt das nicht. Es ist sehr gut. Aber warum müssen sie etwas für Deutsche machen? Ach so. Ja. 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 Ja, ja. Dann haben wir... Besser richtig. Dann haben wir eben die Griechen und die Türken. Für unsere... ...kulinarischen... ...Erfreulichkeiten. Und die... Und für die Griechen sind sie nicht so stolz. Sie sind nicht so stolz. Nicht für die Deutschen. Brauchen das nicht. Brauchen das nicht. Brauchen das nicht. Gut. Ja.